Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr Freund des gepflegten Klemmbausteinbaus. Ich hatte leider nicht genügend Zeit um ein richtiges Video zu machen wie ihr das gewohnt seid. Aber trotzdem wollte ich euch mal gerne eine kleine Kuriosität zeigen die ich gefunden habe. Ich denke die meisten kennen von euch von Mega die Hot Wheels aus Klemmbaustein. Aber es gibt auch Klemmbausteine von Hot Wheels. Und ich habe drei davon gekauft. Und diese Hot Wheels in Zusammenarbeit mit Mega findet man in den ganz normalen Hot Wheels Krabbelkisten. Das ist die Brick Ride Serie und ich möchte mit euch gerne mal in den Kommentaren darüber quatschen was ihr eigentlich davon haltet. Gekauft habe ich die Bricking Delivery, den Bricking Trails und den Custom Small Blocks. Das Spannende ist wir können einmal auf die Noppen die wir hier haben Steine aufsetzen. Und wir können auch diese aufgebauten Steine hier abnehmen und das Ganze anders gestalten. Hier kann man zum Beispiel die Scheibe und den hinteren Aufbau abnehmen und dann ist eben so gebaut wie man es möchte. Bei diesem kann man das Reserverad und den Aufbau abnehmen und beim Custom Small Blocks den Motor und die Scheibe. Und was sehr gut ist das Ganze ist Lego kompatibel. Das heißt wir können einmal die Aufbauten untereinander tauschen. Aber auch die Aufbauten komplett wegnehmen und hier ganz eigene Designs mit kleinen Steinen drauf bauen. Also ich finde das ist auf jeden Fall eine sehr spannende Kooperation. Ob es jetzt was ist was die Klemmbausteinwelt unbedingt gebraucht hätte. Wie gesagt darüber möchte ich mit euch gerne in den Kommentaren reden. Aber ich wollte euch das Ganze auf jeden Fall mal gezeigt haben. Und damit können wir das Video mit der Frage beenden. Sind das nun jetzt Hot Wheels aus Klemmbaustein oder Klemmbausteine von Hot Wheels? Schreibt auch das gerne in die Kommentare. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Euer Valleybrick.